Hallo zusammen, wir sind heute wieder bei TC Fahrzeugtechnik mit dem Markus. Hi Markus, schön dass du da bist. Was er hier macht, das erkläre ich euch gleich sofort. Heute geht es um eine ganz besondere Sache und zwar ein Thema was sehr heiß diskutiert wird in diversen Foren und um ehrlich zu sein habe ich da auch ein paar Fragezeichen. Es geht um Additive. Additive für den Kraftstoff und Additive für das Öl. Ich habe Additive für den Kraftstoff habe ich schon genutzt. Ehrlich gesagt da habe ich mir nichts dabei gedacht bzw. dachte mir es kann nicht schaden. Beim Öl habe ich es bisher noch nicht gemacht, aber einfach nur weil ich mich nicht so wirklich damit beschäftigt habe und im Internet liest man teilweise da sagen Leute ich will das auf gar keinen Fall machen. Andere sagen ich schwöre darauf. Da kam so viel Zeug raus, das mache ich jetzt mit jedem Auto und da dachten wir uns einfach. Wir haben jetzt hier über TC Fahrzeugtechnik die Möglichkeit an jemanden zu kommen der da wirklich Ahnung von hat. Also haben wir uns einen Profi eingeladen der uns einmal erklärt was ist das überhaupt? Lohnt sich das wirklich? Und dann dachten wir uns okay in dem Channel sind wir immer offen und ehrlich. So und klar kannst du uns irgendwas erzählen. Ich kann den Leuten auch irgendwas erzählen, aber wir testen das Ganze. Das heißt wir werden einen Kompressionstest machen mit Glänzauto vorher. Dann machen wir einmal die ganze Prozedur und testen dann nachher und dann sehen wir ob es einen Unterschied gibt und gerade bei so einem Auto was im Rennstreckenbetrieb dann seinen Einsatz findet ist das denke ich eine ziemlich interessante Geschichte und ich würde sagen ich übergebe dir jetzt einfach mal und du sagst uns was ist das überhaupt und wie kannst du uns den Benefit erklären bzw. was ist der Unterschied und wie kommt es dass Leute sagen ich würde es auf gar keinen Fall machen. Das würde mich echt interessieren. Super, da bist du schon mal beim richtigen Punkt Benefit. Bei den Additiven ist es so, dass da verschiedene Meinungen nun mal da sind. Das liegt ganz einfach daran was es gibt. Wir haben Produkte die nicht wirklich das halten was sie versprechen und das ist der wesentliche Unterschied bei der ganzen Geschichte. Wir haben von Motul haben wir da ein Konzept das haben wir hier bei TC Fahrzeugtechnik am Laufen ist der Ölservice Plus wo es darum geht den Mehrwert die die Additive bringen in Verbindung mit einem Ölservice den Kunden dem Endkunden nahe zu bringen. Mehrwert in der Form also grundsätzlich ist es so. Das heißt beim Ölservice Plus ist es nicht ein reiner Ölwechsel sondern Ölwechsel mit den Additiven. Mit den Additiven. Es gibt einen Standard Ölservice da geht es wirklich nur darum den Öl abzulassen und aufzufüllen oder wie hier bei TC wo man sagt komm wir machen den Ölservice Plus da gibt es eben die zwei Additivpakete mit dazu. Der Vorteil an der ganzen Geschichte oder Ausgangssituation ist hier wir haben nun mal Verkorkungen, Verharzungen im Einlassbereich bei den Injektoren. Die Folgen sind dass das Auto mehr CO2 verursacht, Schadstoff geht nach oben, der Verbrauch geht nach oben, die Kompression sinkt im Motor. Das zufolge hat natürlich immer mit Leistungsverlust zu tun. Genau. Und genau da setzen die beiden Produkte eben an. Verkorkungen haben wir eigentlich immer. Ja. Unabhängig vom Turbomotor, Sauger, großvolumig, kleinvolumig. Du kommst auch gar nicht drum herum um das Thema weil du hast zum Beispiel auch in dem ganzen Sprit sind Zusätze drin die hygroskopisch wirken. Das heißt die ziehen Wasser. Ja. Und wenn du Wasser und Kraftstoffsystem drin hast dann können eben genau diese Verkorkungen und Verharzungen entstehen. Und dann, das zeigst du hier mal in einem Bild, die Injektoren in dem Einspritzbild massiv beeinträchtigen. Ja. Also so sollte es sein. Schön sauber vernebelt. Ja. Und wenn die Injektoren zusetzen dann hast du eben dann hier dieses Geplänkel. Wie aus dem Gartenschlauch zu Hause. Wie aus dem Gartenschlauch zu Hause. Okay. Das zum einen. Und da ist es ganz entscheidend damit die Produkte oder beziehungsweise im Benzin additiv Wasser bindet zu einer brennbaren Emulsion. Okay. Und im Verbrennungsvorgang komplett aus dem Kraftschutzsystem. Okay. Das heißt blöd gesagt ich brenne das Wasser quasi raus. Ja. Okay. Genau so. Um das mal ein bisschen zu verdeutlichen haben wir hier mal ein paar Reagenzgläser aufgebaut. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben vom Mischungsverhältnis. Aber ihr seht jetzt hier im ersten Reagenzglas einfach nur mal Wasser gemischt mit Benzin. Das setzt sich voneinander ab. Das ist das erste Bild. Genau. Wir schütteln das mal. Und stellen es wieder rein. Okay. Ah ja man sieht. Und du siehst wie sich das Wasser und der Sprit direkt wieder voneinander absetzen. Ja. Also ich hätte jetzt gesagt oben Sprit unten Wasser. Oder umgekehrt. Ja. Genau so ist es. Ach krass. Abgefahren. So. Wir haben jetzt hier in den zwei weiteren Reagenzgläschen haben wir jetzt da das gleiche. Ja. Drinnen Wasser und Benzin und haben da mal ja Vergleichsprodukte, die wir jetzt so nicht zeigen dürfen. Einfach mal da mit rein. Ja ist ja okay. Die gleiche Aufgabe haben wie unser Additiv. Da geht es darum Wasser und Benzin miteinander zu verbinden. Ich schüttel mal das erste. Okay. Ja. Wieder klar getrennt. Ja. Passiert nix. Passiert nix. Ja. Schüttel mal das zweite. Ja. Trennt sich da auch wieder. Ja. Dauert da vielleicht ein bisschen länger. Dauert ein bisschen länger. Aber der ist ja perfekt. Okay. Ist wieder der gleiche. Und jetzt hier mal, weil man sieht, dass da nix frisiert ist. Machen wir mal ein Vergleich. Mit unserem Produkt. So. Und schütteln das mal. Man sieht es direkt. Eine krasse Veränderung. Genau das soll passieren. Ah okay. Das heißt, hier sehe ich jetzt, dass das Wasser quasi gebunden ist. Genau. Das ist der Effekt, was ein gutes Benzin-Additiv eben erreichen soll. Wasser bilden. Okay. Und nur so, wenn sich das zu einer brennbaren Emulsion bildet, kriegen wir das ganze Wasser aus dem Kraftstoffsystem raus. Okay. Das ist das Entscheidende. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt quasi im Internet gelesen habe, würde ich auf gar keinen Fall machen, verschwendetes Geld, dann haben wir von solchen Beispielen hier in etwa gesprochen. Und hier habe ich dann quasi einen wirkungsvollen Ansatz. Einen wirkungsvollen Ansatz. Okay. Cool. Und anhand von dem Gläschen kannst du das einfach mal ein bisschen genauer zeigen, wie das Zeug funktioniert und was der Mehrwert davon ist. Okay. Da sprechen wir aber nur von der Kraftstoffleitung. Das ist jetzt nur Kraftstoff. Korrekt. Das habe ich, um ehrlich zu sein, habe ich das auch bei mir schon gemacht. Ich habe jetzt keine Wirkung gemerkt oder was. Aber gut. Es wird, offenbar ist eine messbare Wirkung da. Was ist mit dem Öl? Das ist für mich die brennendere Frage. Ja. Beim Ölwechsel. Was ist da der Benefit bzw. wie funktioniert das? Kannst du uns da auch immer zeigen? Gerne, gerne. Ich kann es ein bisschen an der Chart hier zeigen. Also, wir verwenden da unser Engine Clean. Das Engine Clean kannst du verwenden für alle Otto- und Dieselmotoren. Also, kannst du für beide Fahrzeugtypen einsetzen. Und es wird dem Schmierstoffkreislauf zugegeben, vor dem Ölwechsel. Okay. Einfach Deckel aufreinkippen. Deckel aufreinkippen. Wie viel? Die komplette Dose. Okay. Also, eine Anwendung sind dann diese 300 Milliliter. Die komplette Dose. Okay. Jetzt gibst du da mit rein. Das Fahrzeug wird laufen lassen. Zehn Minuten, zwölf Minuten. Und das Produkt hat den Benefit, dass eben Verschlackungen, die im ganzen unteren Zylinderbereich entstehen und da sind, gelöst werden, in Schwebe gehalten werden und dann beim Ölwechsel tatsächlich komplett rauskommen. Okay. Wichtig ist hier zu verstehen an dem Bild, dass hier, deswegen sagte ich die untere Zylinderreinigung, dass dieses Produkt auch wirklich an die Kolbenringe rankommt. Das heißt, es reinigt und entfernt hier diese Verharzungen und Verschlackungen, die im Kolbenringbereich sind. Okay. Warum ist es wichtig? Ganz einfach deswegen, weil wenn diese Effekte da sind, kann der Kolbenring in der Form gar nicht mehr so abdichten, wie er muss. Ah. Und demzufolge hast du halt geringere Kompressionen. Korrekt. Und weniger Leistung. Ja. Richtig. Okay. Versteht. Ganz nebenbei, wenn die Kolbenringe auch nicht mehr vernünftig abdichten, hast du beim Verbrennungsvorgang einen sogenannten Blow-By-Effekt. Das heißt, Verbrennungsgase treten über den Kolbenring hinunter zum frischen Öl und verunreinigen das. Genau. Also das ist der maßgebliche Vorteil an dem Ding. Und die beiden Produkte eben miteinander kombiniert in dem Ölservice Plus, ergibt den Mehrwert, dass die Kompression nach oben geht, dass der Kraftstoffverbrauch sinkt und die Ausstoßwerte nach unten gehen. Okay. Also die Schadstoffemissionen. Das ist natürlich super wichtig für unsere Community, die Schadstoffemissionen. Nein. Greta Freuds. Das darf man so nicht sagen, aber das ist jetzt in unserer Community so ein bisschen egal. Aber Leistung ist super wichtig. Leistung ist super wichtig, ja. Und ich kenne auch meine Community und die werden hundertprozentig fragen. Also der eine wird kommen und sagen, pass auf, ich fahre 0W30. Der andere sagt, ich fahre 10W60. Der nächste kommt und sagt, ich habe einen kleinen Turbomotor. Der andere sagt, ich habe einen 5 Liter V8. Gibt es einen Unterschied? Muss ich auf irgendwas achten oder kann ich das überall reinkippen? Kannst du überall reinkippen. Okay. Die Viskosität des Öls ist egal, ob es jetzt auch ein Rennmotor ist, ist egal oder ein Daily Auto? Völlig egal. Okay. Absolut egal. Das Entscheidende ist einfach, damit man den Mehrwert versteht. Das ist keine Raketenwissenschaft in der Form, sondern du hast einfach betriebsbedingte Ablagerungen und Verschmutzungen. Und gerade in dem Bereich, wenn wir von Leisten reden, will ich ja eigentlich sowas gar nicht haben, was mich da beeinträchtigt. Verschmutzungen. Und mit den Produkten schaffst du dann eben die Ausgangssituation zurück. Diese ganzen Verunreinigungen, Verkogelungen und Verharzungen aus dem kompletten System wieder rauszukriegen. Okay. Dann würde ich sagen, die Theorie haben wir jetzt. Die Theorie haben wir. Ich weiß, worum es geht. Und du sagst, dass sie mit eurem Produkt definitiv hier einen Benefit generiert. Das heißt, wir machen jetzt einen Kompressionstest, bevor wir irgendwas gemacht haben. Das heißt, Glänz Auto haben wir ja gerade frisch aufgebaut. Saut hat noch nicht viel gesehen. Wir wissen allerdings noch nicht, wie viel der Motor gelaufen hat. Daher, ich kenne den Zustand nicht. Ich sage, wir machen jetzt einen Kompressionstest. Dann machen wir einen Ölwechsel, aber vorher mit den Additiven. Also dann zeigen wir mal gerade den Ablauf, würde ich sagen. Dann kippen wir das rein, machen den Ölwechsel und du sagst uns, wie das abläuft. Und danach machen wir nochmal einen Kompressionstest. Und dann gucken wir mal, ob das denn alles so stimmt. Legen wir los. So, jetzt machen wir mal die Eingangskompressionsmessung. Dafür sind die Zündkerzen draußen. Und da kommt das Messgerät dann an dessen Stelle einmal rein. Und dann messen wir einmal den Eingangswert. Jetzt sag du mir, weil ich habe das ehrlich zu sein nicht gemacht, der Kompressionswert, wo liegt der üblicherweise? Je nachdem, wie verdichtet wird, aber im Durchschnitt so zwischen 11 und 12 Bar. Und im Idealfall homogen. Das heißt, das sollte auf gleichbleibender Kompression pro Zylinder sein. Okay. Das heißt, im Idealfall haben wir von Zylinder 1 bis 6 12 Bar. 11 bis 12 Bar irgendwo in dem Schnitt. Das Entscheidende ist das Homogene auch mit. Alles klar. Na gut, dann würde ich sagen, starten, oder? Glenn? Okay. So, Eingangsmessung haben wir jetzt gerade gemacht. Und das ist das Kärtchen, das uns verrät, was das Ergebnis ist. Ich würde sagen, dann filmen wir das mal einmal hier gerade. Es ist ein bisschen klein. Ich hoffe, ihr erkennt es. Und dann kannst du mal, Markus, kurz erklären, wie liest man das? Und was ist jetzt genau das Ergebnis? Was wäre deine Analyse? Also, im Prinzip ist es hier aufgeteilt in Zylinder 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und die Skala geht dann mit den Bar drücken in die Richtung. Wir sehen, dass Zylinder 1, 2 und 3 passen schon ganz gut von den Werten. Vor allem der zweite und dritte. Die gehen in Richtung der 11 Bar. Aber die Zylinder 4, 5 und 6, also die hinteren 3 Zylinder, da hätten wir definitiv noch Luft nach oben. Das Entscheidende wäre jetzt dann, dass wir hier ein homogenes Bild hinkriegen. Also, dass alle Zylinder irgendwo in etwa homogen verlaufen von den Drücken. Und dann ist meine Frage dazu, du erwähnst ganz auf die Homogenität. Warum ist das so besonders wichtig, dass alle ungefähr auf dem gleichen Level sind? Weil das dann natürlich auch maßgeblich ist für einen sauberen Lauf und für die Leistungsanfaltung vom Motor. Genau. Die sind ja alle mit einer Kugelwelle verbunden quasi. Und du hast dann überall quasi jeder Zylinder seine eigene Leistung. Und sprich, mit unterschiedlichem Druck hast du dann auch irgendwo einen nicht so sauberen Lauf. Daher ist das besonders wichtig. Ich bin echt gespannt vom Ablauf her. Ich sage mal, wie ich es machen würde und du sagst, ob es richtig ist. Ich nehme die Tube hier, kippe die komplett in den Motor. Ja. Dann lasse ich den Motor 10 Minuten laufen. Dann kippe ich. Ja, stimmt. Sehr gut. Wie in der Schule früher. Einmal zugehört und trotzdem falsch gemacht. Ich kippe das komplett in den Motor. Dann kippe ich das in den Tank. Genau. Nach Möglichkeit, wenn ich einen vollen Tank habe. Also wir sagen, eine Dose ist für eine Tankfüllung konzentriert. Eine Tankfüllung. Okay. Dann starten. Jetzt hat ein bisschen Platz, damit wir den Koffer rausschieben können. Wenn der 10 Minuten hier drin läuft, dann vergasen wir uns. Wir sagen, wir schieben mal ein paar M3s und M2s durch die Gegend. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Geil, aus tausenden... Richter Deo. Ja, gut, ne? Mal mir morgens die Haare rein. Kurzer Zwischendab nach dem Ölwechsel, ein dir vielleicht bekanntes Bild, was sehen wir hier? Also für mich ist es unbekannt, um ehrlich zu sein, ich habe das in der Form noch nicht gesehen. Das sind jetzt genau diese Dreckpartikel, die das Produkt löst, die jetzt mit dem Ölwechsel quasi aus dem Kreislauf raus sind. Und hier sieht man halt eben deutlich, was da alles so rumkeucht und fleucht und nur raus ist. Das ist echt einiges. Also in der Form habe ich das echt noch nie so gesehen, das sieht echt krass aus. Okay, weiter geht's. So, wir packen jetzt einen neuen Ölfilter rein und wie geht es jetzt weiter mit der Prozedur? Wie du gerade richtig sagst, wir packen einmal einen neuen Ölfilter rein, dann geben wir als nächstes frisches Öl drauf, lassen ihn einmal kurz anlaufen, dass die Ölpumpe mit Druck hoch versorgt wird. Und danach machen wir eben den Kompressionstest nochmal und schauen, was uns die ganze Geschichte jetzt gebracht hat. Wir sind gespannt. Idealerweise sind Zylinder vier, fünf und sechs haben dann eine höhere Kompression. Im Idealfall, ja. Im ersten waren ja schon ganz okay. Die waren ganz gut, genau. Im Idealfall ziehen die hinteren Reihen nochmal nach. Okay, ich bin gespannt. Also auf jeden Fall habe ich schon mal ein gutes Gefühl, was das Auto angeht, weil ich habe super viel Dreck im Ölfilter gesehen. Das ist schon mal die erste gute Sache. Und was das ergibt, bin ich echt maximal gespannt. Wir legen los. Alles klar, wir sind fertig mit dem zweiten Kompressionstest. Und zwar haben wir den Motor jetzt zehn Minuten laufen lassen draußen. Und danach die Prozedur, wie der Markus das gerade schon erklärt hat, einmal durchgeführt. Und der zweite Kompressionstest, den halte ich hier in der Hand. Und am besten schauen wir uns das mal gemeinsam an. Und du sagst uns, was da so das Resultat ist. Also hier haben wir links einmal den alten Kompressionstest und rechts den neuen. Dann übergebe ich dir einmal hier den Zeigeschraubezieher. Also markant festzustellen, sind ein paar Verbesserungen. Speziell der Zylinder Nr. 4, der hat deutlich Zuglicht. Der war hier bei 9,5 bar und ist jetzt bei 11 bar gelandet. Über sogar. Über 11 bar. Und Zylinder 2 hat nochmal ein bisschen Zuglicht. Zylinder 1 minimal. Wo wir jetzt noch ein bisschen gleiche Ergebnisse haben, ist bei Zylinder 5 und 6. Kommt jetzt aber auch durch die Kürze der Zeit. Also wir hatten das Ding jetzt zehn Minuten laufen lassen. Wenn wir natürlich jetzt das Auto nochmal bewegen und fahren, dann wird sich das auch nochmal ein bisschen mehr einspielen und verändern. Aber ich bin positiv überrascht. Das heißt nicht überrascht. Gut, dass da was in die Richtung passiert. Aber es ist ein schönes Ergebnis für die Kürze der Zeit. Absolut. Also ich finde dich ein bisschen zu zurückhaltend, um ehrlich zu sein. Weil ich finde das Ergebnis sehr krass. Wir sprechen hier teilweise von über einem bar Unterschied. Und wir haben das Ding zehn Minuten laufen lassen. Und wie du schon sagst, das wird sich ja angleichen. Allein in der Spritleitung. Genau. Da kann mir keiner sagen, dass im Stand nach zehn Minuten, dass das alles irgendwie komplett durch ist. Vor allem das wird sich noch anpassen. Und jetzt nach zehn Minuten haben wir schon teilweise über ein bar mehr Kompression. Ich finde das sehr, sehr krass. Und eine wichtige Info noch. Während man das macht, sollte man aber nicht fahren. Das heißt, wenn wir die Additive drin haben, sollten wir den einfach nur stehen lassen. Nein. Also das Öl-Additiv. Das Öl-Additiv. Das lassen wir stehen. Und das Benzin-Additiv. Ob das mit Diesel oder Benzin. Da kannst du ganz normal fahren. Genau. Und vom Benzin-Additiv ist ja noch super viel drin. Eigentlich genauso viel, wie wir jetzt im Tank noch drin haben. Das heißt, wenn wir das komplett verfahren haben, wenn wir dann nochmal einen Test machen, dann wird er wahrscheinlich nochmal ein bisschen besser aussehen. Und ich finde es ziemlich cool. Also ich bin überrascht. Du kennst das Produkt. Du hast damit tagtäglich zu tun. Und er hat auch schon so selbstsicher gesagt. Er hat gesagt, du, ganz ehrlich, wir können das Video. Also es ist kein positives Marketing für euch. Weil ich werde es hochladen, wie es ist. Ich habe es ihm vorher gesagt. Ich werde es hochladen, wie es ist. Ich sage, und wenn danach die Kompression gleich ist oder schlechter, naja, dann steht ihr da vom Motul und habt kein Video, wo was irgendwie aussagt, dass das Produkt gut ist. Daher finde ich es echt abgefahren. Der hat einfach ganz mutig gesagt, ja, mach doch. Und Hammer. Also ich finde es echt cool. Und wenn du mir auch noch sagst, du, es gibt sonst gar keine Nachteile, ob du jetzt auf der Rennstrecke bist oder nicht, dann finde ich das eine super Sache. Und mich würde interessieren, was sagt ihr dazu? Was sind eure Kommentare? Und habt ihr noch irgendwelche Fragen? Haut es einfach rein. Und wollt ihr noch irgendwas sehen, dann schreibt es wie immer einfach unter die Kommentare. Und habt ihr sowas schon mal genutzt? Nutzt ihr es? Und wenn nein, warum nicht? Also ich habe jetzt, denke ich, schon einen Grund, warum ich das machen werde. Siehst du, mit wenig Aufwand bin ich, ne? Ja, absolut. Cool. Vielen Dank. Danke für deine Zeit. Gerne. Und ja, ich würde sagen, dass wir jetzt mein Auto auch nochmal damit ausstatten. Alles klar. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Da rieche ich nicht viel, ne? Oh, riecht das gut. Oh, riecht das gut. Oh, riecht das gut.